Künstler, die mir nahestehen oder Menschen, die mir nahestehen, die habe ich überall, wenn ich gereist bin. Überall sind es immer einige weniger, aber die gibt es überall. Und die suchen, manchmal haben die sogar ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Idee gerade. Also ich denke, dass viel mehr alles vernetzt ist, dass wir viel mehr miteinander verbunden sind, als man denkt. Man muss eine abstrakte Idee haben, sonst ist das alles lächerlich. Man kann ja keinen Menschen, man ist ja kein Schöpfer. Man ist ja nur einer, der eine Idee davon schafft. Abstraktion ist für mich in jeder gestalteten Arbeit. Das ist das Gerüst, weshalb die Sache gut ist. Und Abstraktion, eine gute Abstraktion, auch in der Kirchen, Plastik oder in guten alten Figuren oder Bildern, ist immer ein abstraktes. Wir haben es sogar gelernt, nicht mit Unterteilung und Goldenschnitt. Das ist für mich abstrakt. Mit 16 war ich in Peetsch mit der Kunsthochschule, guterbester Kunsthochschule. Und da habe ich gemalt. Von morgens bis abends, 14 Tage lang. Und dann dachte ich, das wäre ja toll, ein ganzes Leben lang. Malen, malen, das war es. Bei der Gertrud Klaassen war ich in den Bildhauerzug. Und dann haben wir Akt gezeichnet dort in Pankow. Am Abendkurs, während ich in die 12. Klasse ging. Und dann hat sie unten in ihrem Keller, da hat sie ihr kleines Atelier, da haben wir nach einem Modell einen Kopf gemacht. Und das war für mich sehr anstrengend. Und sehr, weil jede Sache, also wie gestaltet man ein Auge, wie ein Mund ist und diese ganzen Dinge zusammen, das war für mich irgendwas ganz Neues. Und das war nicht nur schön, sondern auch anstrengend. Und das war so, also für mich eigentlich dann die Sache, dass ich dachte, naja, dass man sich doch in der Bildhauerrei mehr vertiefen kann noch nicht, also noch mehr ein bisschen tiefer gehen kann, wenn man möchte. Das Schöne war bei der Zeichnung, dass ein wichtiger Strich das Allerwichtigste war. Und manchmal wichtiger ist eine große Figur oder so, an der man zehn Jahre gearbeitet hat. Und die Radierung, durch Arne Moore bin ich zur Radierung gekommen. Bei dem habe ich im Grundstudium gelernt, wie man Platten vorbereitet, wie man den Grad feilt und wie man druckt und alles mögliche. Und für mich blieb dann die Radierung das Einzige, wo ich alleine zu einem Ergebnis kommen kann, ohne dass mir jemand reinredet. Und das durchzieht mein Werk, weil ich eine Idee dann auch vielleicht fünfmal habe oder dreimal oder viermal, nicht einmal und weg ist. Und ich habe sie in meinen Zeichenschränken und ich sehe sie. Bei mir entwickelt sich eine Figur oder eine Idee für eine Skulptur langsam über die Jahre. Und ich brauche immer den Rückhalt oder die Ermahnung, vielleicht von einer Radierung oder von einer Zeichnung. Eine Zeichnung verbleicht ganz schnell eine Radierung, habe ich fünf, sechs Mal. Wichtig sind mir auch diese Grafiken von der Ziermaria, die du sehr schön präsentiert hast. Und den kleinen Figuren, die ich leider nur dazu geschafft habe. Bei diesem Zyklus, den ich da gemacht habe, war das wahnsinnig. Erstmal sind das so junge, schöne Menschen. Aber es geht nicht ums Schön, sondern die offen sind, die sich auch gefreut haben, dass man sie zeichnet und auch über die Blätter sich gefreut haben. Und ich habe ihnen ja auch ab und zu mal eines gegeben. Und vor allem habe ich gemerkt, diese Zusammenarbeit von denen, die haben sehr gute Wirtschaften, miteinander umgehen. Das ist ein soziales Verhalten. Ja, ja, ja. Durch die Bewegung sind plötzlich Wesen entstanden, die nebenbei noch entstanden sind. Und das, äh, da bin ich noch, das ist noch eine Sache, die mich sehr interessiert. Ziermaria, auch weiterzuarbeiten. Ja, diese Art, dass da was entsteht. Dass da was Geheimnisvolles entsteht. Es ist schön, dass das so angenommen wird und auch zurückkommt, nicht? Es ist für mich auch ein Anstoß, an diese Sache nochmal reinzugehen. Ja. Vielleicht schaffe ich auch noch was, also eine Figur oder mal sehen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020